Nein, Alex, yes! Perfekt, bleib so! Komm einen Schritt vor! Jawohl! Wir teilen dir die Athleten erstmal, dass jeder Augen gut einen Platz hat, jeder gleichmäßig beleuchtet ist. Und dann stellen wir die Athleten einmal vor, die 148 der Raban Said von Yvonne Elfio. Die 154 Sascha Press von Powerplay, ein gewählter Ding. Die Strafnummer 161 Samal Mandabi, die 162 Alex Asontja von Bodyteam Engel. Die Strafnummer 163 Lukas Dax von Rutscheid. Die 165 Daniel Klein von Clever für Tagen. Die 168 Alain Lavecki von Clever für Tagen. Die 171 Kjordres Dela von Sportstudio Kufani. Die 184 Sedrik Koppelt von Gym 80 Felbert. Und die Strafnummer 186 Navi Zollfager, unsere Mans für sie Klasse 2. Und auch hier beginnen wir wieder mit den numerischen Vergleichen. Bauch, Alex. Sehr schön. Eine Viertel Drehung nach rechts. Open up, open up, open. Eine Viertel Drehung zur Rücken. Deine Pose, Alex. Easy, easy, open up, easy. Bleib so. Sehr schön, sehr gut. Eine Viertel Drehung nach rechts. Smile, Lufthaus, yes. Deine Viertel Drehung zur Rücken. Und direkt. Vielen Dank. Euer Applaus, vielen Dank. Und ein zweiter Fünfervergleich wartet auf uns. Alex, Smile. Hier ist Locker, Robin. Also an alle Athleten und Vorbereiter, die Hose, der Strafnummer 186, ist deutlich, deutlich zu kurz. Bis zur Knieoberkante Parzellasee, wie soll sie gehen? Heute ist die Newcomer-Meisterschaft. Da kann man mal das ein oder andere Augen zudrücken. Ich habe mir sagen lassen, du hast zugesagt, eine andere Hose anzuziehen, das geht so halt nicht. Also es wird echt rechts zu kurz. Eine Viertel Drehung nach rechts. Eine Viertel Drehung zur Rückenansicht. Eine Viertel Drehung nach rechts. Und eine Viertel Drehung vor Rückenansicht. Und eine Viertel Drehung vor Rückenansicht. Dankeschön. Euer Applaus, Jungs. Jetzt wird auch hier im Kampfgericht wieder gerechnet. Und der erste Vergleich bestimmt, somit auch die Wahrscheinlichkeit auf die Finalplätze erhöht. Und wir haben ja wirklich ein starkes Feld aus zehn Teilnehmern. Deswegen auch nochmal für euch einen Riesenapplaus. Euer erster Bühnenaufgift. Und jetzt vielleicht auch ganz interessant mal zu erfahren, wie lange die Jungs jetzt schon Diät machen. Wie lange machst du denn schon Diät? Vier Monate. Vier Monate, 16 Wochen. Wie schaut es bei dir aus? Sechs Monate. Sechs Monate, also die verzichten schon lange, die Jungs. Auch dafür habt ihr noch einen Riesenapplaus verdient. Das muss man können. Dass man hier oben, wenn man steht, in Wettkampfformen, in so einer Form präsentieren kann. Und vor allem, wenn das Niveau beim ersten Auftritt schon so hoch ist, dann haben wir hier auf jeden Fall auch Talente für die Zukunft. Genauso wie es in der Einleitung auch schon haben gesagt. Eure Chance beginnt jetzt. Deswegen auch nochmal kämpfen im Bühnenhintergrund. Die Kampfrichter schauen immer noch auf euch. Und finden raus, wer einen Finalplatz verdient hat. Wie lange wurde Pusen geübt pro Tag, pro Woche? Schon zwei Wochen. So, wir haben einen Fünfervergleich mit den Stahlsummern 148, 161, 162, 165 und 186. Halt direkt den Bauch. 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 Halt und smile, smile, smile. Ja, so, bleib so. Yes. Halt. Halt. Eine Vierteldrehung nach rechts. Smile. Eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Sehr gut. Sehr schön. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Und jetzt. Und den Bauch und smile, Alex. Dankeschön. Euer Applaus. Richtig starkes Gewohnung. Eine Vierteldrehung nach rechts. Eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts. Und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Reaktion. Vielen Dank. Euer Applaus. Auch hier nochmal alle in einer Linie aufstellen. Schönen Haltkreis machen. Holzeig nochmal einen Applaus ab und dann sehen wir uns im Finale mit sechs Akten wieder. Vielen Dank, Jungs.